Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Mario plus Sherbets Kingdom Battle by Friends So und wir sind hier immer noch beim letzten Mal Beste Ansage Beste letztes Mal, das erstes Mal Ja Und wir müssen 5 Gegner töten Warum nur 5? Weil die vermutlich besser versteckt sind oder weiß der Geier was Ich kapier die Taktik Kamera nicht Oder sie kapiert dich nicht Warte mal was kann er Bewegungsradius 6 Felder Alter das ist für die die das ganze richtig hart ausrechnen wollen alter Ja das kannst du auch mal holen Ich weiß ja nicht ob du mit deinen ganzen Künstenwert kommen wirst Aber Taktik ist es bestimmt Ich kämpfe einfach und guck was hier gibt Also ich kann es so sagen Ich bin blöd Ich bin blöd wie kacke Ja Fuck 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 Wie kann man dir helfen? Mein Fan Mann bin ich behindert Mario hat als Bewegungsfähigkeit den Stampfsprung Ah fuck dann Aber ich bring Peach hoch Lell 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 Ist das alles was du sagen kannst So siehts aus Du bist eine Enttäuschung So siehts aus So das heißt der So das heißt Peach kriegt Boah chillt So und Luigi Luigi müssen wir auch da hoch kriegen irgendwie Also auch da hoch Nicht irgendwie müssen wir da hoch kriegen Dann wäre so ein Deckung Ja So dann wäre so in Deckung So Peach triffts nicht aber den ganz doll Easy, da ist deine Decken weg. Und... Das Ding. Gut, also auf wen wird der schießen? Der haut ab. Als ob im Sprung 30 Schaden reingedrückt. Easy. Das ist der Mario-Style. Der gibt den Leuten noch während sie sprengen, den Header. So. Ich kapiere noch nicht ganz... Achso, ja. Eiserner Blick ist irgendwie das gleiche. Cool. Dann ist der weg. Schade, dass er immer auf Luigi schießen müssen. Wo würde ich denn rauskommen? Ja, hier. Geil. Das ist ja geil zum Flanken. Das ist ja richtig geil zum Flanken. Ne, gut, dann... Dann zerstöre ich erst den hier. Mäld ihn nieder. Immer wieder. Oder wie weit könnte Mario kommen? Ja, okay, dann ist das schon gut. Da ist das schon gut. Ich könnte ihm... Könnte ich ihm von oben sein auf den Kopf... Okay, das wäre schon ein bisschen zielverlangt. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... ja gut ich würde sagen dem geht's gut und die wird auch beschossen damit den rabbit der hat keine überlebenschance eigentlich doch er könnte mario von fliegen oh ist es blöd aber was zu erwarten oh damn it scheiße mili gesagt als scheiße wird das bezeichnen aber es gibt was wir können uns schützen die man sich hier so positionieren pepper pepper positionieren die der dahinter braua luigi wie geht es mit dem guardian was der kommt bis da hoch das zahnschmerz rad so heißt das ding ich hasse dich status erst mal wenn die leute fragen wie es euch geht ok alle leute da draußen lel ist super jeder ist lel zurück und man ist eigentlich ganz dumm wenn ich ihn jetzt nicht treffe dann gibt er mir noch mal schaden man bin ich behindert gott ist das dumm bin ich dumm ok ich will keinen skaden kassieren habe kein bock auf schaden schick den wächter denn den denn Das hat sich sowas von gelohnt, ne? Der sollte kein großes Problem darstellen, der aber schon. Wieder gleich wie viel nachkommen. Gut, also den muss ich jetzt einfach instant auslöschen. Der Typ. Oh nein! Dann schießt er auf den da unten. Oh kacke. Aber das könnte auch hinhauen. Da Peach sogar bis dahin kommt. Und jetzt auch noch 100 da. Nein, du wirst jetzt auf den schießen. Ah ja, mach das scheiß Schild an. Mir doch egal. So, das sollte nämlich sowieso jetzt enden. Ich hätte ihn nicht töten können. Nein, hätte ich ihn nicht, verdammt. Stimmt ja, ich verschätze mich schon wieder. Insge... Ungemein. Oh, da ist der fünfte Tod. Goldener Treffer und gewonnen. Oder auch nicht. Scheiße. Das... Ach Gott, nein. Ich dachte, wir müssen fünf Feinde besiegen und das wärs. Ha. Falsch gedacht. Ach du kacke. Äh. Aber wenigstens gibt er ihm den Headshot. So ne kacke. Und der... Okay. Oh nein, Luigi. Oh nein, Luigi. Luigi ist weg. Oh... Kacke. Ich dachte, es ist zu Ende. Wo ist die Endzone? Wo ist sie? Cool, wir müssen es also einfach... Ach. Warum? Gut. Also Luigi ist down. Ja, das ist eher nicht gut, aber... Fuck it. Ja. Puh... Puh... Scheiße. Ich könnte mich aber hier so platzieren. Dann habe ich eine 100% Protection gegen die anderen beiden. Und kann nur einmal gehitit werden. Na ja, das... Und wenn ich versuche den gleich einfach komplett zu vernichten Ja, dann vernichte ich den einfach komplett jetzt Dann ist der schon mal weg Und kapuff Und Mario macht die Eisensicht, damit er wieder Leute im Flug wegschießt Hä? Heimlich verschätzt? WTF? Was ist da hinten los? Was ist das denn? Ich dachte, ich hatte 5 Feinde besiegt Äh 4 Okay, ich habe mich anscheinend irgendwie verschätzt oder so Keine Ahnung, was es gerade war Und der hier scheint mit Tots zu schmeißen Oh, wie der guckt Cool Boss Wir müssen irgendwie an dem vorbeikommen einfach Okay Wie viel Leben hat er? Verhalten der Grobiane betrifft Erstens ihr Temperament, wenn sie von einer Waffe getroffen werden Gehen sie wieder in Ski auf den Angreifer los Okay Gut, das heißt, ich werde hier meistens mit Luigi arbeiten Und mich einfach nicht nähern Und mich einfach nicht nähern Wie viel Leben hat er denn? Wie viel Leben hat denn der Verrückte? Ja, dann werde ich mich nicht nähern Dann werde ich ihn abknallen Ich mache ihn jetzt einfach so Der kommt ja schon Oh mein Gott Äh Mario geht zurück Ich hätte die schon vorher aktivieren sollen Krasse Sache Nein, das machen wir jetzt nicht nochmal so Eisensicht activated Der rückt raus Jetzt kommt er wieder Er schießt Mario schießt Easy Gut Und Luigi hat nur 10 Leben Nicht gut Das finde ich jetzt gar nicht so gut Das finde ich jetzt gar nicht so gut Das finde ich jetzt gar nicht so gut Äh, was gehe ich hier ab? Ich kann mich mit Mario nicht mehr bewegen Hä? Ja, gegnerischer Zug Oh, da kommt ein neuer Grobi an Okay Erstmal Mario 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 Luigi So So Gut So Gegner Schadengriff Der Grobi Er kommt einfach auf den Boden und bleibt da Was? Wir werden beschossen Wir werden beschossen Sigi Äh Der passt nicht durch die Röhre, oder? Bitte sagt mir Er passt nicht durch die Scheiß Verdammte Röhre Ich hab das Gefühl er passt durch die Röhre Oh Mann Ja, du kriegst auf die Mulle Auf die Mulle Hey, 50% Salverschance von hier aus Ich könnte es aber auch so machen, dass ich ihn einfach hier hinstelle Und Luigi? Hey Und jetzt einfach einen richtig dicken Oscar rein sende Los, richtig digger Oscar Ich bin sicher jetzt nicht, oder was? Nicht was soll Ich bin sicher jetzt nicht, oder was? Wenn wo aus keiner Iggy treffen Äh, Sigi Sigi Iggy Ey Cool Mario wird da hochgeschleudert gleich Das finde ich gut Von da aus versucht, den Typen auszuschalten Also Immer bei Schwachengängen, die nur so 5 Leben oder so Lächerlichen Scheiß haben Ja, rück vor Depp Oh Gott Nein Schön Also kommt der dicke Fette mit dem Was? Ein zweiter Run Okay, ich höre jetzt einfach ab Scheiß drauf Sorry Luigi Ich bin wahres Also Was ist das? Aber Das ist ein Moment Kompl Der holt mich nicht mehr ein. Sein Freund auch nicht. Oh Gott. Ne, warte mal, wie weit kommt? Gut, also Mana kommt soweit. Peach kommt. Könnte bis durch. Ah, es werden nicht beide schaffen. Aber Mario wirds auf jeden Fall. Also Mario werde ich auf jeden Fall soweit bringen wie es geht. Ein fällt weiter. Und Mario wird den Rückzug schützen. Gut, und dabei hört Peach schon mal in die Zone ab. Ich glaube einen braucht es auch nur in der Zone. Ja. Dann war er gut. Ach, das ist nicht so gut. Aber wir sind geheilt. Oh, oh, oh. Mir gehts jetzt halt viel zu oft einer K.O. Ich lasse mich viel zu oft abballern gerade. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Oh Gott. Luigi. Oh Gott. Ich lasse ihn einfach so oft ins Grab rennen. Es tut mir so leid, Luigi. So, ich versuche jetzt mal nächste Runde nicht, dass Luigi nicht alles abbekommt. Ich versuche jetzt einfach mal halt da jetzt rein. Aber mal gucken, ob das möglich ist. Oh, hier ist wieder Kampfzone. Und wir werden schon wieder von überall geflankt. What the fuck nochmal? Gut. Also eher nicht gut, aber... Kack... äh... Wir müssen hin... Wir... Wo müssen wir hin? Also wo können wir hin? Also ich könnte schon mal ordentlich auf den Deckel springen. Ich könnte auch den auf den Deckel springen. Um den Deckel gesprungen bin, springe ich... Hier hoch... Oh, wie geil. Wie geil. Ja, das ist eigentlich alles der beste, was man sich machen kann. Ganz hoch. Und den ganz von oben... Mehr Schaden gedrückt. Bitte sprung. Ja! Uh! Awesome. Ah! Und jetzt mach mal drauf! Kack! Und wir waren die S眲-Libe. Und S眲-Libe. Wir waren die S眲-Libe. Psyche Und Shield Und Luigi Ja, Luigi Also erstmal, erstmal bewegen Ein bisschen bewegung tut gut Dann geht Luigi da leider mitten ins Freie Aber, naja Nicht umsonst Ja Schickt ihn Vechter rein Der Wächter K.O.T. den Ich hasse mein Leben Er K.O.T. ihn also nicht Er macht nur 49 Schaden Er hat sich bewegt, er ist draußen Gut die bewegen sich immer noch ich dachte die eisensicht dafür stehen jetzt in auch nicht wie unfair aber jetzt ja man könnte dies extreme dummheit nennen was ich damit auch tun werde es ist extrem dumm das kann ich nicht kaputt machen gut also sie kann nicht angreifen und man war ich gerade behindert vielleicht nicht mit dem geht das dass ich ihn hätte dann nein das geht nicht ok dann wieder hier zurück und dann springen gut wenn das nicht geht dann spreche ich mich einfach von hier ganz oben auf die scheißbirne und von da dann dahinter wo ich ihm nochmal richtig schaden rein drücke mann nerver das sind keine bumper das sind nerver ja er ist dran leid es mir auch tot irgendjemand kriegt jetzt schaden oh shit peach das wäre jetzt was ok nicht peach luigi ah ne er flankt ok ok cool bestes flanking manöver ever bestes flanking manöver ever bestes flanking manöver ever ja da kann ich ihm nach raserei ok und von hinten in den rücken geschossen cool yes und luigi wurde nicht gedauert und wir haben nur 3 von 14 gebraucht das hört sich gut an ich weiß nicht ob ich noch was vergessen habe wenn wir ein weiteres drücken weil bei ah ich darf jetzt bauen oder was hä muss ich die röre zusammenbauen ne hä also ich musste mal den ja jetzt roten knopf cool der röhrenbauer er hat er gerade wie so ein hamsterrad dieh 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 okay müssen wir an ihnen vorbei oder dürfen sie diesmal mit dem Ziel töten grobiane sind awesome gut also wir müssen sie vernichten ich würde sagen ich gebe ihnen ein hunderter shot hey das finde ich ein gutes detail dass die sogar hinter den kleinen deckungen dass die hinter den kleinen deckungen auch 100 schaden 100 prozentige treffer chance haben realistisch das einzige was mich nervt sind diese beiden jumpys hier hinten jumpy nerfigo kacke 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 warum da drüben könnte ich den sprengradius erwischen wenn er näher kommt ja dann schickt die vor bitte explodiert sie noch nicht cool ist explodiert noch nicht ja hier wird aktiviert eisensicht so von hinten hier kann ich noch nicht von den campern aufsperren aber ich kann ihn treffen und dann wird dann kommt er aus wut zu mir und läuft mitten rein er ist nur davon haha easy easy kombo gut also mario 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 du machst mich an zweck also hellen sich also schießen ja kommen angerannt riesen baby und tschüss ja brutal cool das war ein cooler zug der erste ist komplett annihilated im sondern ja da der so Also, es heißt gut. Ich werde Luigi hier hinter. Ich kann jetzt überhaupt keinen treffen. Warum kann ich da überhaupt keinen treffen? Muss ich ihn so platzieren? Also, ich kann... Okay, muss nicht alles geklärt sein. Warum? Warum, wieso, weshalb? Ah, fuck. Ah, miesen. Also, ich will die aus dem Weg haben. Gut, dann geht Luigi erstmal dahin. Luigi läuft behindert. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich jetzt voll auf sein Gesicht hüpfe. Und dann, ah, nee. Das funktioniert wie immer nicht. Wo hüpfe ich dann hin? Ich könnte hier hin. Aber der andere flankt mich sowieso. Also, scheiß drauf. Und... Wenn ich jetzt ne Crit mache... Ist das mega geil. Hier kann sie zwar getroffen werden. Hat aber ne 100% Chance auf den einen. Der jetzt endlich mal weg soll. Und... sie hat ihr Schild. Bubble. Gut. Dann gehe ich weiter in Deckung. Und der Gegner ist dran. Schießt natürlich mit 100. Aber... Macht nicht so viel Schaden, weil ich geschützt bin. Jetzt... Flankt er. Oh Gott! Was? Oh kacke. Mamma mia. Mamma mia. Okay. Gut, also. Ich würde sagen, ich mach das jetzt so. 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 Oh. Nicht so. 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 Das heißt, ich spring über... Ich gehe zu Luigi. Ich springe auf seinen Kopf. Und... Springe hier hin. Ich springe hier hin. Und ja, ich hab da zwar keine Deckung, aber ich werde ihn jetzt einfach auslöschen, die Runde. Der geht mir so auf den Keks, weil er einfach direkt angreift. gut dann ich könnte jetzt so mit einem schuss erledigen ich gucke aber erst was ob ich ihn auch erreicht das wäre gut ja komm 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 oh ja ja das ist so geil so geil so geil so geil ja mechaniker luigi schick ihn los aber er reicht luigi nicht aber kann auch nein immer auf mario weg mensch die die alle meine nieder also mario muss erst mal von ihm weg das ist klar so mario muss von ihm weg am besten bis dahinter jetzt geht luigi auf eisensicht mario news computer ja peach springt auf luigi und von luigi hier hoch also dann beginne ich mal so mario feuer robian rennt los eisensicht kassiert menschens auch stimmt ja ist ja zur sicherheit habe ich sie noch einfach abgestellt okay ich habe stimmt ich habe vergessen dass bei dass wenn als ich aktiviert ist dass er gleich die strecke ändert habe ich vergessen wir wurden nicht geheilt das ist nicht gut scheiße ach du jetzt wird gebaut jetzt wird gebaut was ist das als wir sie auf jeden fall den jahr �ığ so lustiges rätsel aber ich will diese diesen pilz brauche ich 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 gut mit neu aufgefüllten leben gibt es denn eine röhre gut dann geht es hier raus und so und so und rundherum und so und so und da wäre noch eine kiste aber ich habe keinen bock auf die kiste ich gehe jetzt einfach hier lang in den nächsten kampf weil hier auf einmal überall kampf hey wir so gott scheiße ich hasse grobiane so extrem so extrem aber es sind nur grobiane und nur grobiane sind immer noch nur fucking grobiane gut er geht in die ecke haha psych aktiviert erst mal die sicht jetzt luigi dann gibt es jetzt auf Ach, Mulle. Ah, was? Ja, warum durfte er sich nochmal bewegen? Ich... Blickt nicht ganz durch, was gerade passiert ist. Okay. Ha, Opfer. Hey, cool, wenn man sie rammt. Raserei. Gehen sie nicht auf... Kommen sie nicht so weit. Oh, bitte komm nicht bis zum Loch. Er kommt bis zum Loch, oder? Ha, kommt er nicht. Schild braucht sie nicht. Und wenn er sich fragt, warum ich nicht den Oma angegriffen habe, dann wäre er näher gekommen und hätte sie im nächsten Zug angreifen können. Gut, Kettenhund. Ja, du machst den dritten für uns fertig, bist du ein guter Junge. Weiß. Oh, ein guter Kettenhund. Braver Kettenhund. So. Und shit, da war er Mario. So. Oh nein. Oh Gott. Aber er kam nicht so weit. Und der ist mit dem nächsten Zug. Oh Gott. Oh Gott. Gott, Gott, Gott. Hä? Muss ich einfach rauskommen? Muss ich einfach wegkommen? Oh Gott. Ich muss hier einfach nur wegkommen. Oh nein. Oh nein! Scheiße, verdammt! Da kommt nächste Runde der nächste! Ach du Scheiße! Aber ich kann erst nächste Runde das hier verlassen! Feuer! Ja du kommst nicht weit, ich weiß! Okay, du kommst weit! Mann, dieser Kampfwart ist so kacke! Ich aktiviere das Schild! Der Typ ist beim nächsten Mal tot! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich will nicht abhauen hier! Äh... Dammit! Dammit, dammit, dammit! Doch, gut, dann werde ich abhauen! Dann werde ich wohl abhauen! Nein, nein! Luigi, oder? Nein, das wäre sehr dumm! Ja! Ah, Kettenhund! Mach deinen Ding, Kettenhund! Ja! Der ist weg! Aber oben kommt der nächste Grobe! Was? Zwei! Oh nein, Peach! Oh nein, Peach! Das ist der schlimmste Kampf, den ich gerade habe hier! Wkeh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich werde vermutlich in diesem Kampf sterben, mal so zum Thema. Oh man, das geht gar nicht gut aus, das geht gar nicht gut aus. Nein, Kettenhund, mich, Kettenhund beißt Luigi, Kettenhund, ich hasse dich so sehr Kettenhund. Nein, nein. Oh man, ich glaube, ich muss diesen ganzen Kampf erneut machen, weil ich nicht wusste, dass ich die ganze Zeit nachspawn, das habe ich überhaupt nicht geklickt. Oh nee, was? Äh, was? Hä? Cool. Ich bin so confused. So confused. Äh, ja. Cool. Seltsam. Sehr seltsam. Aber cool. Fertigkeiten. Mario hat 30 Punkte. Damit kaufe ich ihm am besten mal... Ah, ich kann beides machen. Ja, und diese Sekundärwaffe. Hat er die jetzt? Also er hat sie nicht. Hat er nur 30? Halbblieben und blind. Ja, bin ich anscheinend, aber naja. Und Feind zu rasen. Der Feind. Der Feind. Das ist ja schon eine lange Party. Das hast du gesagt hier. Was? Weiß nicht wie viele Battles. Mal mehrere Battles. Ja. Ja. Und wir haben keine Punkte mehr. Vielleicht tue sie noch zusammen schneiden. Ich weiß es nicht. LOL. Okay, ja drin. Ich dachte, dass wir den Part jetzt beenden werden, liebe Leute. Schwach. Im nächsten Part geht es weiter. Macht's gut. Bis dahin. Vampiren. Und ciao. Ja, ciao. Ciao.